so na dann auf würde sagen das ist ja unten in dem ding aber ob ich keine panzerung habe weiß ich auch nicht und ich kann auch keine aufnehmen verdient sich auch keine klar verdiene ich was ich verdiene das ist ein Panzer aufrufen nach hallo baby Heute mal mit Höschen, ha? Jaaa! bleib ruhig dort sitzen so habe ich genug erhält so kriege ich ganz viele views ok 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 rufschrauber er hat sich für das team vor allem im vorderbergsabschlussgerät das war vielleicht nicht so ganz clever falschen Raketen wir haben wir genommen wieso sind wir jetzt gestorben das war doch glaube ich war das vom Gegner oder was ne der Heli lebte doch noch ja dachte ich dachte ich hätte meine Richt da habe ich gar nicht ausgemacht er scheint mehr auszuhalten als eine Rakete ach scheinbar hey komm trotzdem noch einen Punkt das war trotzdem ziemlich gut erst mal Babyfeier das mal Silvester am Heli feuerwerk stecken feuerwerk ich habe du nicht getroffen so naja war der eine zu kurz war noch mal zu meinen anderen der ist aber nicht von mir nö schon gesehen am Pia am Pia mit Bia am Pia und 4 4 4 Bia kein Bia vor 4 irgendwo auf der Welt ist immer ja jetzt sind wir hier oben die Frage ist von wo kommen die eine wahrscheinlich von da unten ich bleib das mal hier moin der war gut klatscht einfach mit der Arsch und von da kommen die auch noch von da hin soll ich was da von unten mit er aus so zurück und hier los infiel die Esther Ich bräuchte mal ein bisschen Zeit. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Meine Bestmik-Diener Alter, das sieht aus. Wie gesagt, wir werden diesmal zum Höschen an. Ist das nur der Siegestanz oder what? Wenn ich dich habe, ist immer Siegestanz angesagt. Wie die alle verrecken, erst mal. Dann hätte alles brennt. So. So. Erstmal man sagt, man sieht man die Ton. Herzhaft? ich stehe hinter dem scheiß ding und kriegt trotzdem ist ja so jungs baby alles hängt an dir ich wollte die waffe wechseln dann hat man nicht falsch alles hängt an bw naja wenn es nicht in ihrer steckte links an oder beides gleichzeitig es hängt an hier und kann steckt dann irgendwann in ihr muss so lange genug sein ich liebe diese perspektive raus was kommt bei dir hinten raus ob sei jetzt raus habe ich gesagt du feige sau das reicht mir einmal aufgeräumt einmal aufgeschäumt so diesmal gehe ich nicht dahin an die stelle ich habe ich habe das überhaupt nicht da oben bleiben warum machen wir meinen charakter sagt dann die weile runter so macht man das das war alles anzünden hier ich habe eine rohrbombe auch noch mit da drin war bei dir sind das feuer gestorben wahrscheinlich so 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 Oh ha 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 so geil der vorteil ist wenn ich hier mal die ganze zeit stehe sammelt er automatisch gesundheit auf das heißt ich kann eigentlich fast nicht sterben aber sollte niemals nie sagen so viel zum thema auch nichts ist wenn ihr macht das schon genau dann in dem moment sage ich noch ich kann die unweiligste sterbe trotzdem kriegst du nicht das baby die frau regelt das bei 3 bei drei dings nach drei juggernauts genau das wort habe ich besicht einer noch so da hinten brennt wieder alles links und das hat er durchgebrochen vorsicht markus warum hat er nur 30 kill zu betreiben wer du wird es muss sie geworden muss wieder das ding vertreten hier ich habe doch gute vorarbeit geleistet mit 40 kills 42 sind am ende muss doch die beste ist mal gucken einer steht da unter dir aber das war's scheiße ja das ist ja der durchgebrochen und dann ganz folgende welle geschoben nutzer und entscheidet In der letzten Runde verkleidet. In der letzten Runde eingeschaltet. In der letzten Runde eingeschaltet.